Ich muss mal wieder meine Haare schneiden, denn sie sind ein bisschen lang geworden, hm? Haha! Super! Zum Glück habe ich gerade gestern den Angelika Matenscheren-Schnippern wektioniert und meine abgebrochenende FMS-Ausbildung mit der Fachrichtung Musik, Theater, Tanz wird mir bestimmt dabei helfen, hm? Haha! Woah, hm? Das war das! Ja! Hahaha